UNTERTITELUNG Aber also wenigstens coole Leute, mit denen du arbeitest. So eine Frau, die nicht spricht, nur böse guckt. So sah sie aus. Und was willst du jetzt machen? Kennst du hier Leute? Noch nicht. Will ich wieder gehen? Ich stelle mir manchmal vor, er wäre eine Frau. Das würde es irgendwie einfacher machen. Hör bitte auf aufzuräumen. Du bist eigentlich eine arrogante, verwöhnte junge Frau, die sich scheinbar alles leisten kann. Was ich aus? Was ich mit mir? Ja. Ich bin nur noch nicht. Schade, wie ist es hier?